Herzlich Willkommen zum Fotografier am 21. November. Wir haben heute wieder ein tolles Programm für euch vorbereitet. Es geht ein bisschen um Adobe Lightroom Classic, der Robin wird uns da ein paar schöne Sachen zeigen. Rückblick auf die Foto und Adventure. Wir werden die Bilder besprechen vom Fotowalk im Stift Göttweg, der Ende Oktober war und ich freue mich schon ganz besonders auf den Vortrag von der Jolly Schwarz, die den bei der Foto und Adventure das erste Mal gehalten hat, zu einem ganz spannenden Thema, das wir in der nächsten Zeit auch jetzt ordentlich beackern werden. Vorab hätte ich mir eine kleine Bitte, also alle Leute, die auf Facebook sind und so weiter, Instagram, folgt uns. Ihr wisst ja, wir haben ja vorher gesehen ein sämtliche Account verloren und in der Facebook-Gruppe ist wahnsinnig viel los, das wir uns freuen. Es werden permanent irgendwelche schönen Bilder gepostet und eigentlich sollte heute ein Black and White Tuesday sein, aber wir werden morgen ein Black and White Wednesday machen, den ich nicht vergessen. Ich werde das reinschreiben, weil der Andreas Wenninger ist auch so beschäftigt. Das heißt, es wird wieder mehr Aktivitäten geben und ich schaue mir die Bilder einmal an, kommentiert es bitte und postet es rein. Alles, was zum Thema Fotografie relevant ist, bitte kein Spam und nicht irgendein Blödsinn. Lösch die Inhalte, weil es soll einfach eine gehaltvolle Gruppe bleiben. Vielleicht ein bisschen ein Ausblick. Ich habe ein riesiges Projekt bei der Wirtschaftsagentur eingereicht, also ein 16.000-Euro-Projekt und ich habe jetzt eine Förderung bekommen von 60 Prozent und es wird jetzt also einen Podcast geben, es wird ein Online-Fotokurs, es wird dann gefeatured, es wird ein neues Update kommen und es wird ein paar neue interessante Dinge geben, zu denen er aber im Moment noch nicht mehr sagen möchte. Ich hatte letzte Woche die große Freude, am Freitag einen Vortrag beim Skiclub in Kitzbühel zu halten. Das Skiclub in Kitzbühel veranstaltet sozusagen das Hanenkamm-Rennen. Der Fotograf, den man da sieht mit den großen Objektiven, ist Alexander Hassenstein, ein ganz berühmter deutscher Sportfotograf, der dort die ganzen Abfahrtsrennen fotografiert, der war bei zwölf Olympiaden dabei und der hat man zum Beispiel erzählt, also wenn er jetzt ein Foto macht auf der Streif, dann schaut er die an in der Minute, die werden über WLAN nach England übertragen und innerhalb von vier Minuten ist es auf der Getty Homepage online. Das heißt, er arbeitet für die Getty Images, für die Agentur und das geht tatsächlich so, dass die innerhalb von Minuten sozusagen die Fotos online haben und wenn dann sozusagen das Rennen zu Ende ist, kann man gleich die Siegerfotos dort kaufen. Es ist unglaublich, wie flott das ist. Die Fotografen sind um sechs Uhr in der Früh, gehen die schon rauf, müssen eine Stunde vorher auf der Piste sein. Das ist wirklich ein sehr, sehr hartes Geschäft. Für mich war das eigentlich alles andere als einfach, denn der erste Vortrag war ein Anderl Molterer, den natürlich jeder dort kannte, diese Skilegende und das zweite war eben der Alexander, der die coolsten Bilder von der Streif gezeigt hatte und ich habe dann das Canon EOS R-System präsentieren dürfen. Da bin ich natürlich ein bisschen abgestunken, aber ich habe dann das sehr amüsant gemacht und mir sehr viele Bilder auch unterlegt. Das ist dann auch gut angekommen. Es waren nur über 120 Teilnehmer. Es gab dann auch sehr viele rege Fragen. Es war insgesamt eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin nicht sehr nervös, aber da war ich das erste Mal auch ein bisschen nervös und habe gesagt, okay, hoffentlich wird das gut klappen, weil man weiß nicht, man kennt die Vorkenntnisse des Publikums nicht, man weiß nicht, was die hören wollen. Also das ist gar nicht so leicht, dass man da sozusagen dann entsprechend auch was rüberbringt, aber das hat dann Gott sei Dank gut geklappt. Das Fotoobjektiv ist jetzt endgültig heraus, wenn man schon sehr, sehr viele Hefte verkauft. Also auf der Messe sind schon über 100 Stück. Wenn das noch jemand möchte, kann man entweder bei uns auf der Homepage bestellen oder abholen, eine Mail schicken. Also wir verschicken die noch am selben Tag. Und ja, wie gesagt, und es gibt diesen Fotohändler, der möchte wahrscheinlich eine Sonderausgabe von 10.000 Stück drucken lassen mit eigenem Branding. Da hoffen wir, dass das was wird. Da gibt es dann noch einmal gescheite Autorenverhandlungen. Aber prinzipiell kommt das Magazin gut an. Einige von euch haben sehr auf der Messe gesehen. Ja, aber große Freude. Man sieht nämlich dann auch diese viele Arbeit in den letzten zwölf Jahren, die wir da gemacht haben, die lohnt sich wirklich. Gut, starten wir mit der Bildbesprechung Stift Göttweg. Aber ich würde vielleicht vorher einmal ganz kurz den Pater Pius bitten. Weil viele kennen die Geschichte ja noch nicht, wie die Wiener Fotoschule und den Stift Göttweg sozusagen zueinander gefunden haben. Der Pater Pius hat mir auf der Ferienmesse geschrieben, ob wir einmal Interesse an einer Kooperation hätten. Das hat dann ewig gedauert. Dann bin ich nach Göttweg gefahren, dann haben wir die Probefotos gemacht. Wir haben jetzt inzwischen schon drei Photowalks erfolgreich absolviert und das ist wirklich so eine tolle Verbindung. Pater Pius, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen sagen, weil du bist auch begeisterter Hobbyfotograf, was so ein fotografisches Besonderes in Göttweg ist. Ja, ich sage einmal ein herzliches Grüß Gott an euch alle aus dem Stift Göttweg in der Wachau. Mein Name ist Pater Pius, so wie der Karl mich schon präsentiert hat. Wenn ich gewusst hätte, dass ich heute so in der Mitte stehen darf, dann hätte ich mich mit meinem Ordensgewand hier hergesetzt. So sitze ich da nur im Pullover da. Ja, ich bin Benediktiner vom Stift Göttweg und bin in Göttweg für den Tourismus verantwortlich. Ich bin schon fast 30 Jahre Mönch in Göttweg und die letzten 12 bis 15 Jahre mache ich also den Tourismus und bin öfters auf Messen unterwegs und so eben auch auf der Ferienmesse in Wien. Und da habe ich den Karl kennengelernt in die Fotoschule und weil ich selber an der Fotografie sehr interessiert bin. Ich mache ja auch den Instagram-Account vom Stift Göttweg und den Facebook-Account und immer wieder die Fotos brauche und immer auf der Suche nach neuen Motiven bin. Ja, habe ich den Karl eingeladen und habe gesagt, komm doch einmal und machen wir was. Einen Fotowalk und das hat lange gedauert, aber jetzt, was lange währt, ist endlich gut. Die Kirche denkt ja immer in Jahrhunderten, aber so lange hat es nicht gedauert, Karl. Ich freue mich, dass wir das jetzt zweimal im Jahr machen und dass wir Dinge herzeigen für die Teilnehmer des Workshops, die sonst öffentlich nicht zugänglich sind. Wir sind ja UNESCO-Weltkulturerbe, haben ein riesiges Museum, das heißt der Besucher sieht die Stiftskirche, aber wir zeigen zum Beispiel im Rahmen des Fotowalks auch natürlich immer die Kaiserstiege her und während wir ja beim normalen Museumsbetrieb es nicht ermöglichen für Fotografen dort mit Stativ zu arbeiten und so weiter, so haben wir also diese Termine mit der Wiener Fotoschule, an denen das möglich ist im kleinen Kreis, da länger mit dem Objektiv auch zum Beispiel auf der Kaiserstiege oder in Bereichen zu arbeiten, wo man öffentlich nicht hin kann, zum Beispiel in der Schatzkammer oder in der Sommersakristei. Und so sage ich nochmal schön, dass es diese Kooperation gibt, weil wir profitieren ja alle davon. Ich habe durch eure Hilfe auch immer wieder Fotos, die ich verwenden kann für Social Media oder auch für unser Magazin, dass wir dreimal im Jahr herausgeben unsere Hauszeitung der Göttweige, der an 5.500 Renten verschickt wird. Also ich freue mich, dass ich auch heute Abend dabei sein darf. Einmal vielen Dank für deinen Einstieg. Also unter anderem sind wir dann rausgegangen auf die Terrasse und wir hatten einfach im Oktober Glück, weil das Wetter so schön war und haben dann sozusagen den Blick über die Wachau genossen. Und beginnend tut der Herr Johann mit den ersten Fotos. Oliver, mal kurz ein Kommentar von dir. Ja, also ganz spannende Perspektive. Also man weiß jetzt nicht, ist der irgendwo da gestanden oder ist das mit einer Drohne fotografiert? Das macht das Ganze schon sehr. Und natürlich die schönen Herbstfarben. Ja. Beim nächsten Bild, was mir da vorkommt, dass es ein bisschen zu stark korrigiert ist. Also mir kommt vor, dass da das Aufrichten, dass das zu gerade steht, aber vielleicht täusche ich mich da auch. Na ja Karl, also rechts, da sieht man eh, dass die Linien noch bei dem Gebäude ein bisschen stürzen. Ich kann es auch nicht sagen. Es hängt ein bisschen auf eine Seite oder es hängt ein bisschen nach rechts. Kommt mir vor. Untertäusch, es ist mein Erstigmatismus. Ich finde das Foto insofern spannend, weil so viel Vordergrund ist da. Ja, das ist erstaunlich. Entschuldigung, magst du auch was sagen? Ich habe ja gesagt, vielleicht ist ein Versuch der Korrektur angewendet worden und aber die Seiten, die horizontale Linie nicht mit angepasst worden. Das gibt manchmal ein bisschen Verschiebungen in der Aufrichtung. Das könnte sein, ja das könnte sein. Ja, farblich. Sehr beeindruckend. Natürliche Farbkontrast, also du hast im unteren Teil warme Farben in dem Bild und im oberen Teil kühle Farben und das macht das Ganze so charmant, dieser Farbkontrast. Ja, wunderbar. Also wir haben natürlich das Glück gehabt am Nachmittag, weil im Stift Götweg wird im Jahr von ca. 500 Kreuzfahrtschiffen besucht und wir legen aber die Fotowork so, dass wir immer erst ab 15 Uhr dort sind, wenn die Gruppen schon weg sind und dann ist es nicht unbedingt, also es kommt öfters vor, dass einfach dann zum Beispiel die Kirche leer ist, so wie in dem Fall. Das ist halt voll spektakulär, dieses Bild. Also durch diese stürzenden Linie hast du halt Drama ohne Ende. Das finde ich, das ist eine voll spannende Perspektive von unten, der Blick. Das muss halt sehr symmetrisch sein, als je symmetrischer es ist, umso besser. Und ist gar nicht so leicht, dass alle Linien parallel sind, dass das gut passt. Also die Kaiserstiege ist einfach sensationell und alle Brautpaare, die zum Beispiel im Stift Götweg heiraten, können dort auch die Brautfotos machen. Und ist vom Paul Trocker, glaube ich, eines dieses berühmten Kirchenmalers, ist er als gigantischen Ausmaß und ist, glaube ich, die größte oder eine der größten Stiegenhäuser in Europa. Die Götterberger Kaiserstiege ist das zweitgrößte Treppenhaus in Europa. Das größte ist die Würzburger Residenz und das zweitgrößte ist die Kaiserstiege und das Fresco ist immens groß, 340 Quadratmeter und ist von Paul Troger 1739 geschaffen worden. Und das Interessante ist ja, der Trakt ist für einen Kaiser gebaut worden, aber der hat nicht mehr residiert, oder? Wie war das? Ja, jedes Kloster, das in der Barockzeit renoviert oder erbaut wurde, das musste eben einen repräsentativen Kaisertrakt errichten, weil wenn die kaiserliche Familie unterwegs war, hatte sie das Recht, in den Klöstern zu übernachten. Aber durch die Nähe zu Wien hat jetzt der Kaiser, er hat zwar Götweg öfter besucht, Franz Stephan von Lothringen, Maria Theresia und Karl VI. waren in Götweg, aber nie übernachtet. Das heißt, wir haben die Kaiserstiege als Eingang zu den kaiserlichen Apartments und die riesen Wohnräume, aber wurden nie benutzt von ihm, weil abends immer dann sind die nach Wien zurückgekehrt. Das ist interessant. In dem Bild gefällt mir die Kommunikation mit dem Hintergrund so gut. Das wollte ich auch gerade sagen, die zwei schauen so zueinander. Die schauen sich an. Also super erkannt, also dieses Mama-Schritt her, gell? Der Johan ist, glaube ich, heute leider nicht da, aber... Ja, es ist beeindruckend, diese Kulturdenkmäler. Ja, und die Verdichtung einfach, weil man sagt, okay, man lässt halt möglichst viel weg und nimmt nur einen Ausschnitt, dann wird das umso beeindruckender und umso dominierender. Gut, dann kommen wir zur Nicole und die Nicole hat die Kugel mitgehabt und hat da finde ich ein paar ganz interessante Perspektiven mit der Kugel gemacht. Das nächste Foto ist sehr spannend, die ist quasi durchs Fenster gemacht, also von der Kaiserstiege Richtung Kirche, dann also Richtung Hof hinein. Was da vielleicht ein bisschen symmetrischer hätte man es noch machen können, gell, dass die Kugel noch ein bisschen weiter nach links geht, dass das absolut symmetrisch ist. Kann man natürlich anmerken, aber ich lasse die Künstlerin halt immer sprechen bei solchen Dingen. Nein, eh, eh, das ist eh Geschmackssache. Ja, das finde ich extrem schön mit der Spiegelung jetzt in der Kugel. Ja, ich bin da, absolut. Durchs Fenster, da kann man, also das ist sehr schön gestaltet, Vordergrund und Hintergrund, also das ist sehr spannend, weil da muss man den Winkel genau aussuchen, damit es dann... Es geht schon richtig so in so abstrakte Fotografien. Genau. Weil es so viel unscharf ist und da dominieren halt dann diese Farbkontraste. Was mir halt nicht gefällt, ist, wenn man das Stativ so stark sieht. Beim Bildvorherr sieht man das Stativ so sehr. Du weißt, was man machen könnte? Das könnte man natürlich wegretuschieren. Für den Oliver wäre das ein leichtes. Nein, nicht für den Oliver, sondern für die KI, die ich seit kurzem im Photoshop hinterlegt habe. Also da gibt es ja so einfach, wir ziehen einen Rahmen auf, das werden wir dann vielleicht probieren. Das können wir probieren, bei der Bies und dann das Foto vielleicht mitbringen, wenn die Kugel weg ist. Das stimmt, das stört schon ein bisschen. Dann schwebt die Kugel. Genau, das wäre nämlich die Geschichte. Es war dann an dem Tag einfach ein extrem schönes Wetter. Und ich habe dann der Panther Piso zu mir dann gesagt, du, ich brauche halt nur ein Foto von unserem Gästehaus. Das ist da links vorne, das Gebäude. Ich habe dann gesagt, ich habe eigentlich die Throne mit, soll ich einmal fliegen? Dann bin ich auch mit der Throne geflogen. Aber bitte immer fragen, also nicht ohne Genehmigung fliegen. Das geht gar nicht, da zum Beispiel auch beim Stift Götterg oder also immer, wenn ihr auf Privatgrund seid. In dem Fall bin ich aber dann einfach einmal rückwärts geflogen, habe mir den idealsten Punkt gesucht und habe dann das Foto gemacht. Bei dem liegt natürlich ein absoluter Traum. Ihr müsst aber aufpassen, dass ihr nicht so hoch seid. Sonst hast du nämlich genau das Problem mit den stürzenden Linien, also in die andere Richtung. Mein Tipp ist, wenn man jetzt zum Drohnenfliegen beginnt, dass man sich dann, ich bin dann einfach rückwärts dorthin geflogen, so lange bis es passt hat. Die Drohne bleibt dann eh ruhig stehen, wenn die schwebt. Die hat ja einen super, einen super Stabilisator. Und dann natürlich genau wie man fotografiert, auf das Licht achten, schauen, aufpassen, einmal höher fliegen, tiefer fliegen und schauen. Wenn man hat auf dem Display, kann man eh gut schauen. Und dann ist es wirklich ein leichtes, auch tolle Bilder zu machen. Insofern ein Traum, wenn das Wetter schon schön war. Wir springen jetzt vom Stift Göttweig nach Greilenstein. Und zwar in Greilenstein gibt es einen Zwergengarten. Und wir hatten heuer eine Anfrage aus dem Wundergarten Verlag. Und ob wir nicht mit dem Fotokurs dort gerne hingehen wollen. Und der Andreas Kammerried, das ist der Kunsthistoriker vom Stift Zwettl, hat einen Artikel geschrieben. Und die Fotos waren dann von der Gabi und von mir. Das ist eine irrsinnige schöne Geschichte. Also das ist ein ganz, ganz hochwertig produziertes Magazin. Es ist ein super Ausflugstipp. Und das Tolle sind eben diese Steinfiguren, diese Zwerge. Und das ist so das Besondere, weil die sind aus dem 16. Jahrhundert. Man darf leider in die Brunkruhe. Also die haben einen sehr schönen Amtsraum und einen Gerichtskammer. Da darf man leider nicht fotografieren. Aber es ist auf alle Fälle einen Besuch wert. Und die Zwerge dürfen fotografieren. Man darf im Garten fotografieren. Und speziell im Frühling, wenn die Kastanien blühen, ist das ganz, ganz eine tolle Geschichte. Und wir werden wahrscheinlich mit diesem Verlag in Zukunft auch weiter zusammenarbeiten. Und planen auch die eine oder andere Geschichte. Wir sind gerade so am Suchen, welche Fotokurse das passen. Und jeder, der dann mitmacht und Fotos einschickt, sind wir natürlich total happy, wenn ihr da mitmacht. Aber ich finde, das war so ein schönes Ergebnis, wenn man dann nach dem Fotokurs auch etwas Konkretes gedrucktes vor sich hat. Es gibt noch ein paar Restplätze. Und zwar die Sölktäler sind fast ausgebucht. Das Winterwandern, da gibt es noch zwei Plätze. Madeira ist der Februartermin auch fast voll. Und in Island gibt es beim Märztermin noch ein paar Plätze. Wer nach Zwentendorf mitfahren möchte, aufpassen. Der Termin ist auch schon gut gebucht. Ja, dass man da sozusagen früh genug dran ist. Es war ja jetzt die Foto und Adventure vor kurzem. Die Messe hat sich dort gefunden in der Pyramide. Und es gibt im Prinzip zwei Kritikpunkte. Ich werde einmal den Oliver da hinholen. Und zwar das eine sind die Parkplätze und das Essen. Aber das Problem ist ein bisschen, wenn man aus Wien kommt, könnte man mit der Partnerbahn fahren. Und man ist wirklich von, also in zehn Minuten ist man von Wien-Weiling draußen. Und die Gastronomie ist halt immer das große Problem. Aber ich fand insgesamt, das ist eine sehr, sehr tolle Messe. Wir haben sehr viele Besucher gehabt am Stand. Die Vorträge waren gut besucht. Ja, und die Location ist okay. Ich meine, die Messe Wien ist einfach so schwierig. Wir vergeben keine Termine. Die Reed-Messe verkauft gerade die Messe an eine andere Firma. Das heißt, es wird nicht besser. Aber man wird sehen, aber nächstes Jahr ist die Foto und Adventure auf alle Fälle wieder in der Pyramide. Wie war der Eindruck, Oliver? Ja, also ich war ja nur am Samstag vor Ort. Also mein Eindruck war, dass deutlich mehr Gäste auf die Messe besucht haben, als das Jahr davor. Also es war wirklich eine sehr gute Stimmung. Und ich habe auch zwei Vorträge gehalten. Und die waren auch einigermaßen voll. Und die Stimmung war super. Das Problem ist ja da, dass man sozusagen, man muss eine Location finden. Man muss sozusagen auch Vorträge finden, die passen. Aber ich habe mich nächstes Jahr aufgetränkt, auch da ein bisschen zu kuratieren. Also ich werde auch mithelfen. Es wird dann vielleicht zuerst einmal ein Leitthema geben. Wir möchten einfach aber wirklich Impulse setzen, dass sozusagen auch die Messe Innovationen bringt. Und da bin ich auch d'accord mit dem Thomas und mit dem Oliver. Also wir wollen da gemeinsam einfach schauen, dass wir die Messe voneinander bringen. Und dass es noch spannender wird. Und ich denke mir, die Messe ist auf gutem Weg. Es waren 9.000 Besucher und es war wirklich ein vielfältiges Programm. Also ich war da sehr, sehr happy auch. Naja, und Karl, ich muss auch sagen, wir müssen ja froh sein, dass überhaupt jemand das Risiko eingeht, so eine Messe zu veranstalten. Ja, natürlich. Ja, klar. Da muss man ja dankbar sein, dass es überhaupt sowas gibt. Ja, na gut, dann werde ich noch zwei neue Sachen zeigen. Ich sage, man sieht da dann ganz gut, wir hatten eine Vielzahl von Referenten. Also ich habe aber gemeinsam mit Canon, das Canon Academy Wiener Fotoschule Kino betrieben, war da auch beteiligt beim Aussuchen der Referenten. Und es gibt jetzt zwei sehr interessante neue Canon-Objektive. Und zwar, es gibt jetzt eine 24 bis 105 mit einer durchgehenden Lichtstärke von 2,8. Das hat hinten einen Zusatz-Set. Und zwar sind das hybride Objektive, die man auch zum Filmen verwenden kann. Also die kann man motorsteuern. Und diese durchgehende Lichtstärke ist natürlich der Hammer. Ist in etwa so groß wie der 70-200, 2,8. Und ich denke mal, das wird vor allem in der Filmwelt, aber auch in der Fotowelt Furore machen. Also es ist mit 3.700 Euro kein Schnäppchen. Aber ich kenne einige Leute, die wollten unbedingt diese Lichtstärke 2,8 haben. Das wird sich sicher am Markt etablieren. Die AF-Objektive sind sowieso sehr, sehr gut angekommen, auch im professionellen Filmmarkt. Und ich denke, Canon hat da wieder was vorgelegt. Und ein zweites Objektiv ist ein ideales Objektiv für Hochzeitsfotografen. Zum Beispiel, ja. Für viele, für viele. Ein zweites Objektiv, was auch sehr, sehr toll ist, ist das 200 bis 800 Millimeter. Ist kein L-Objektiv, ist aber wasserabweisend ausgeführt. Ich habe leider noch nicht damit fotografiert, ich habe es schon gesehen. Und ich denke mir, das wird ein richtig tolles Objektiv sein für Ornithologen, für Sportfotografen. Also wenn das Motiv sehr weit weg ist. Und ihr wundert euch zum Beispiel, ja warum die Blende 9 bei 800? Aber das ist sonst nicht zu bauen. Das wird viel zu groß. Das wird viel zu teuer werden. Aber mit einer aktuellen Kamera kann ich ja sowieso die ISO hochziehen. Und bei 800 Millimeter habe ich sowieso keine große Schärfentiefe. Also ich bin da echt schon gespannt. Und das wird sicher ein sehr, sehr interessantes Objektiv. Und das mit 2.500 Euro finde ich auch sehr, sehr, ja, das ist okay. Aber ich bin schon neugierig, wenn die Verkauf startet im Dezember. Ich bin schon sehr neugierig, wenn die kommen. Mach du, wie schwer das Objektiv ist? Ich glaube, das hat drei Kilo, also zweieinhalb Kilo. Ja, natürlich, dass das ein gewisses Gewicht hat, ist klar. Aber ja, ich denke mir, es wird leichter sein, glaube ich, wie das Sigma, das 150-600. Wenn du das mit dem vergleichst. Und wenn du jetzt ein 150-600 nimmst mit einem Konverter bis auf Blende 11. Also ich meine, das ist in etwa eh überall gleich. Sonst müsst ihr eine feste Brennweite nehmen, so dieses 600 mit 5,6. Aber ich glaube, da sind wir irgendwo bei 16.000 Euro. Also, und das Summe ist natürlich, ich denke, das wird sehr, sehr gut ankommen und wird auch gut einschlagen. Gut, dann möchte ich einmal das Wort an den Robin übergeben, der uns jetzt ein bisschen was über Lightroom und Photoshop zeigen wird. Ja, danke Karl. Schönen guten Abend von meiner Seite. Ich bin erst zum zweiten Mal tatsächlich beim Fotokafé dabei. Und ich leite beim Karl die Lightroom-Kurse, den Kreativkurs und auch einen Photoshop-Kurs demnächst. Und ich möchte euch ein bisschen was zeigen, was euch in diesem Kurs erwartet, beziehungsweise was man heutzutage schon mit Lightroom und mit Photoshop machen kann. Bevor ich loslege, interessiert mich natürlich, wer von euch verwendet denn schon Lightroom? Wer arbeitet denn mit Lightroom? Wenn ihr kurz einfach mal Hand hebt. Ah, es sind doch schon einige, ja? Jo. Super, ja, fast alles Profis unter euch, perfekt. Dann brauche ich ja gar nicht mehr so viel schwärmen von Lightroom. Aber Lightroom ist, finde ich, die perfekte Software, wenn es ums Fotografieren geht und um die, vor allem Nachbearbeitung. Um die schnelle und effiziente Nachbearbeitung. Ich zeige euch einfach mal ganz kurz her, was man so machen kann und wie Lightroom funktioniert. Für die, die es noch nie gesehen haben, damit ihr ein bisschen eine Idee dazu kriegt. Das Schöne am Lightroom ist, verglichen mit Photoshop, ich habe immer alle Fotos im Blick. Das heißt, ich habe eine schöne Übersicht, eine Bibliothek über all meine Fotos, die ich jemals gemacht habe. Oder aber auch über ganz spezifische Fotos. Das heißt, ich kann auch sagen, ich möchte nur die Fotos vom letzten Monat anschauen oder nur von einem bestimmten Tag. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, ständig meine Fotos im Blick zu haben, zu filtern und direkt auch zu bearbeiten. Ihr seht es jetzt hier, das ist eine kleine Fotoauswahl von mir. Die habe ich hier in der Übersicht, die Fotos. Und wenn ich ein Foto bearbeite, kann ich direkt reinspringen zum Foto und loslegen. Und das Coole ist daran, alle Änderungen, die ich an einem Foto vornehme, werden virtuell gespeichert und können jederzeit wieder rückgängig gemacht werden. Also ein Foto, das ich heute zum Beispiel schwarz-weiß einfärbe und zuschneide, kann ich morgen oder in zwei Jahren wieder färbig machen und wieder in voller Größe sehen. Das heißt, es geht nichts verloren. Es ist ständig alles im Hintergrund gespeichert und das Originalfoto bleibt immer unangetastet. Ich möchte euch anhand von diesem Foto mal zeigen, wie einfach und wie schnell ich im Lightroom da noch irgendetwas rausholen kann. Das ist ein Foto aufgenommen in Kappadokien auf einer Fotoreise mit dem Karl in der Türkei. Und wir haben leider an dem Tag bewölkten Himmel gehabt. Das heißt, es war ziemlich düster und ihr seht es auch hier. Leider auch die Belichtung ein bisschen zu dunkel eingestellt. Also eigentlich zum Wegschmeißen könnte man sagen, dieses Foto. Aber nachdem das in RAW aufgenommen wurde, steckt da sehr, sehr viel Bildinformation drinnen, die ich mir mit ganz wenigen Klicks wieder zurückholen kann und daraus vielleicht doch ein schönes Foto machen. Das Erste, was mir auffällt, ist die Helligkeit, die Belichtung. Es ist sehr dunkel. Deswegen würde ich in einem ersten Schritt einfach mal die Belichtung ein bisschen raufziehen. Dann fällt mir auf, der Himmel ist total überbelichtet, wolkig, viel zu hell. Dazu gibt es auch eine Regel, nämlich der Highlights-Regel, also die Höhen wieder runterziehen. Hat nichts gebracht. Schade. Was fällt mir noch auf? Es ist so grau in grau. Dieses Bild ist einfach ein bisschen trist, trostlos. Es fehlt die Sättigung. Sättigung oder die Vibrance. Ich habe hier mein Programm auf Englisch. Das gibt es natürlich auch auf Deutsch. Und wenn ich hier einfach ein paar Regler raufziehe, werde ich merken, ui, jetzt kommt da plötzlich ein bisschen mehr Grün raus. Und das mache ich einfach mit ein paar anderen Reglern genauso, sodass ich da ein bisschen mehr Farbe reinkriege. Ich kann immer vorher und nachher mir anschauen und sehe sofort, ui, das ist ja schon viel, viel besser. Das, was mich jetzt noch ein bisschen stört oder was mir fehlt, ist der Himmel. Der Himmel ist leider bewölkt weiß. Aber ist es vielleicht möglich, dass man da sich einen blauen Himmel dazu holt? Ja, das geht mit Lightroom mittlerweile sehr, sehr einfach, denn es gibt Masken. Und Masken sind einfach Bildbereiche, die ich dann extra, also gesondert bearbeiten kann. Und diese Masken sind mittlerweile auch schon mit künstlicher Intelligenz ausgestattet. Und so muss ich jetzt nicht selber sagen, wo der Himmel ist und irgendwie das ausmalen, sondern ich kann einfach sagen, wähl mir automatisch meinen Himmel aus. Und genau das mache ich jetzt gerade. Ich sage, bitte such dir selbstständig mal den Himmel raus, markiere mir mal den Himmel, damit ich ihn gleich bearbeiten kann. Jetzt hat er den Himmel automatisch schon erkannt, alles ist rot markiert und jetzt kann ich nur den Himmel separat bearbeiten. Und das mache ich, indem ich ihn einfach ein bisschen blau umfärbe, sättige. Das sind jetzt ein paar Regler, die ich einfach drücke. Das lernen Sie alles im Kurs. Und schon habe ich da plötzlich einen blauen Himmel kreiert. Den kann ich natürlich dann noch umfärben, einfärben, wie ich möchte. Und ihr seht, wie schnell man eigentlich mit ein paar Klicks aus einem scheinbar doch unterbelichteten, bewölkten Tagesfoto doch was herzaubern kann. Und man könnte einen Schritt weiter gehen. Man könnte auch sagen, ja, diese Berge, die waren eigentlich so ein bisschen wärmer, ein bisschen rötlicher. Und auch das könnte ich machen, indem ich die dann einfach anmale. Auch dazu gibt es intelligente Pinsel, die das automatisch erkennen. Wo fängt der Himmel an und wo hört der Berg auf? Und schon habe ich meine Berge auch separat und kann sie heller machen, einfärben, wärmer machen. Also merkt, es geht sehr schnell diese Bearbeitung. Und zu guter Letzt, was könnte man mit dem Foto noch machen? Man könnte diese störenden Personen, wie der Karl da hinten zum Beispiel, aus dem Bild entfernen. Dazu will ich ganz nah reinzoomen, dass man den Karl da wirklich gut hat. Und dann gibt es im Lightroom ein kleines Pflaster-Symbol. Und dieses Pflaster-Symbol, mit dem kann ich einfach den Karl anmalen. So, der soll da weg. Das ist ein Hund, das sieht richtig lustig aus. Ja, ja. Ein Hund? Nein, das ist, glaube ich, die Tasche. Das ist die Tasche, ja. Also ich kann mich nicht erinnern, dass der Hund mit war. Ja, ich auch nicht. Ja. So, und schon ist er weg. Und das gleiche könnte ich da vorne machen, auch da mit einer Teilnehmerin vom Fotokurs. Ich male sie einmal an und sage, das bitte soll alles weggehen. Und Lightroom sucht sich automatisch in der Umgebung einen Bereich, der hier reingerechnet wird. Schaut super aus. Könnte man auch da hinten noch machen. Vielleicht auch mit diesem Vogel, der da so ein bisschen einmal draufklicken, kurz warten. Und das Ganze schaut super aus. Das war jetzt mit Erklärung, waren es jetzt drei Minuten. Ohne Erklärung wäre es wahrscheinlich eine Minute. Heißt, es geht sehr, sehr rasch. Und wenn ich jetzt einen ganzen Tag gefilmt habe in dieser Umgebung, dann könnte ich diese Änderung auch auf den restlichen Tag, kann sie einfach kopieren. Das ist das Praktische am Lightroom. Ich kann Einstellungen auf andere Fotos übernehmen. Und das werden wir bei unserem Kreativseminar machen. Wir haben bei der Wiener Fotoschule mehrere Kurse. Wir haben Einsteigerkurse für Lightroom, Intensivseminare und dann auch die fortgeschrittenen Seminare. Ein Kreativkurs mit mir, wo wir dann wirklich ganz speziell uns einzelne Fotos anschauen und wirklich mit vielen Masken und das Programm total ausreizen. Auch sowas ist praktisch. Wer viel mit Architektur filmt, fotografiert, der wird auch bestimmte Features hier sehr, sehr lieben, nämlich dieses Aufrichten. Wir haben es vorher gerade gesehen, bei diesem Foto, wo kurze Diskussion war, ist es zu verzerrt, ist es entzerrt? Und ich kenne diese Herausforderungen beim Fotografieren mit diesen stürzenden Linien. Und diese stürzenden Linien kann man hier auch sehr gut korrigieren. Da gibt es auch ein eigenes Fensterchen, das wir uns anschauen werden. Und da kann man tatsächlich Linien nachziehen. Also diese Linie ist ja hier schief. Und jetzt kann ich einfach hier eine Linie ziehen und sagen, ja genau diese Linie hier sollte eigentlich gerade sein, bitte. Die soll gerade sein. Und diese Linie hier sollte auch gerade sein. So. Jetzt macht er mir das schon mal gerade. Ihr seht, plötzlich steht es kerzengerade. Und jetzt könnte ich mir noch eine dritte Linie ziehen und sage, naja eigentlich sollten da, das sollte auch eine gerade Linie sein. Diese Spitzen von den Sims, die sollte auch gerade sein. Zack. Das war nichts. Dann nehmen wir das weiter unten. Ich bin ja nicht zufrieden damit. Lassen wir es bei den zwei Linien. Und jetzt müsste ich es halt noch beschneiden, beziehungsweise könnte ich das Seitenverhältnis hier noch ein bisschen auseinanderziehen. Und ich glaube, das war das, was vorher bei der Diskussion gemeint war, dass das Seitenverhältnis ein bisschen zu breit war und deswegen hat es verzerrt. Aber das stimmt, gell. Genau. Und die Proportion kann man eben mit diesem Regler hier dann wieder korrigieren, sodass es ein bisschen aufrechter ist. Genau. Jetzt müssten wir es noch zuschneiden. Das heißt, da fällt leider sehr viel weg an den Ecken. Das könnte man im Photoshop hinzukomponieren. Deswegen, wenn man Architektur fotografiert, ganz wichtig, wenn man weitwinklig fotografiert von unten, immer wichtig, dass man größer fotografiert, also quasi viel mehr draufkriegt, rechts und links. Damit man dann beim Aufrichten, beim Geraderichten genug Fleisch hat, das noch quasi übrig bleibt. So, jetzt habe ich das zugeschnitten, vorher, nachher. Schiefes Haus, gerades Haus. Das ist, glaube ich, der Meilender Dom, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann kann man das natürlich auch noch ein bisschen wieder bearbeiten. Schauen, dass man da ein bisschen mehr Farbe wieder reinkriegt. Ein bisschen zu gelb hier. Was das Tolle am Robin seinen Kurs ist, wenn man den Workflow sieht, wie schnell das geht und vor allem wie kreativ. Das ist eigentlich so der absolute Mehrwert. Ich war selber da natürlich auch oft dabei. Und von dem profitiert man halt wahnsinnig, weil der Robin halt jeden Tag damit arbeitet und da wirklich viele Kniffe kennt, würde ich mal sagen. Genau. Was wir uns auch anschauen werden, ist natürlich Panorama. Panorama, ihr seht es hier, gibt es einige Fotos. Ich mache es mal nebeneinander, damit man es schön sehen kann. Einzelne Fotos, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Fotos, auch in Kapadokien aufgenommen. Mit der Hoffnung, dass ich es zu Hause dann zu einem schönen Panorama zusammenkriege. Und das ist Lightroom, dafür ist Lightroom natürlich auch ideal. In Lightroom markiere ich diese Fotos, mache Rechtsklick und sage, zusammenfügen in ein Panorama. Der Rest passiert automatisch. Wichtig für die, die Panoramas machen, schaut, dass ihr die Einzelfotos immer mindestens ein Drittel überlappt. Macht lieber zu viele Fotos, die überlappen, als zu wenige. Und es hat jetzt schon ganz gut funktioniert. Ich habe mir die Ränder jetzt auch noch auffüllen lassen, das funktioniert. Das heißt, der Himmel wird dann einfach künstlich erweitert. Und schon habe ich dann ein Panorama, das ich dann gesammelt bearbeiten kann. Das heißt, es macht keinen Sinn, die Fotos einzeln zu bearbeiten, sondern erst das fertige Panorama. Und das sind so Schritte und Bearbeitungen, die wir uns im Lightroom anschauen werden am Kreativtag. Und weil der Karl mir vorher noch ein Foto geschickt hat, wo er gesagt hat, kann man da noch was machen draus? Ich stifte Geld weg, das ist super, das passt halt doch richtig gut zum Thema. Ja. Erinnerst du dich, wie das Original ausgeschaut hat? Ja, das war schrecklich. Ich zeige es euch mal. Ja. Ja, ich bin schneller als mein Computer. Aber ich war eben in Patapius war ich da unterwegs. Das ging um Herbstlaub im Garten. Und mir war total klar, dass in dem Fall die Bildbeiflung ran muss, weil es war so bewölkt und war einfach nicht schön. Aber wenn man das dann ordentlich bearbeitet, hat man dann natürlich tolle Fotos, genauso wie man sie dann benötigt später. Genau. Es ist natürlich, gerade bei Fotobearbeitung ist es auch immer eine Stilfrage. Dem einen gefällt das besser, dem anderen gefällt gerade das düstere, das bewölkte. Man könnte auch das noch sogar verstärken und sagen, dass es richtig dramatisch ausschaut. Das ist wirklich eine Geschmackssache. Die Werkzeuge sind immer dieselben. Wie weit man dann an einem Regler tatsächlich auftritt, abdreht, das liegt dann immer an einem selbst. Was ich an Lightroom eben so extrem schätze, ist die Schnelligkeit. Und ich habe gemerkt, ich habe nie irgendwo was speichern unter und irgendwo was machen müssen, sondern ich bin einfach von Bild zu Bild gesprungen, habe Regler rumgeschoben. Und erst wenn ich fertig bin und sage, so jetzt bin ich fertig, jetzt habe ich 20 Fotos bearbeitet, dann exportiere ich die mir raus und dann habe ich sie als fertige neue Dateien. Also dieser Workflow und diese Schnelligkeit, das ist einfach einzigartig bei Lightroom. Also kenne ich nichts, was einfach besser ist. Lightroom gibt es eben im Einstellkurs, Intensivkurs und auch in einem Online-Kurs. Also ich biete das auch online an zum Selbstlernen mit vielen Lernvideos zum Selbststudium. Schicke euch dann den Link in den Chat auch zu allen Kursen, falls jemand Interesse hat, dass ihr euch das anschauen könnt. Und dann kommen wir noch zum zweiten Thema, nämlich Photoshop. Machen wir vielleicht kurz wieder Frage in die Runde. Wer von euch arbeitet denn regelmäßig mit Photoshop? Ja, einige Hände sehe ich da. Super. Ich lese hier gerade auch eine Frage im Chat. Wird der Online-Kurs auf den neuesten Stand gebracht? Ja, ich habe diesen Online-Kurs bewusst so gemacht, dass ich ihn ständig up-to-date halte. Lightroom bringt ja laufend neue Updates raus. Und vor allem jetzt, vor zwei, drei Wochen, ist wieder ein neues, extrem cooles Feature rausgekommen. Und ich mache laufend neue Videos, damit man auch, wenn man den Kurs in einem Monat kauft und dann erst in einem halben Jahr anschaut oder irgendwann mal nachschauen will, dass man dort immer die aktuellsten Informationen drinnen hat. Jetzt schauen wir kurz rüber ins Photoshop. Auch Photoshop wird ein Kurs speziell für Einsteiger sein. Photoshop ist sehr, sehr umfangreich. Und ich kenne den Oliver Bader und ich weiß, wie gut der Oliver Bader ist mit Photoshop. Eine absolute Koryphäe, wenn es um Kompositionen geht und ganz spannende Bildaufbauten und Kreationen, die so vor der Kamera gar nicht da waren. Ich würde im Einsteigerkurs euch aber die Basis vermitteln und vor allem auch die künstliche Intelligenz so ein bisschen näher bringen, weil damit ist in Photoshop mittlerweile so viel möglich. Man muss die Werkzeuge nicht mehr beherrschen, sondern mittlerweile ist es so, dass die Werkzeuge sich, viele Werkzeuge sich selbst beherrschen. Das heißt, mittlerweile kann man eigentlich kreativ, würde ich fast sagen, spielen mit Photoshop. Man muss nicht mehr, man muss schon ein bisschen arbeiten, wenn man es professionell macht, aber man kann sehr viel spielerisch machen und das macht halt Spaß, wenn man dann die Fotos plötzlich in eine Richtung kriegt, die man so fotografisch gar nie hinkriegen könnte. Und das zeige ich euch hier mal mit der Architektur. Oh, danke Lia, da hat jemand meinen Kurs angeschaut. Freut mich natürlich, wenn das Feedback super ist. Ihr kennt das Foto vielleicht von vor drei Minuten. Ich habe dieses Foto hier reingebracht, weil mich eine Sache noch massiv stört an dem Foto. Und zwar das ist dieses Plakat, was da auf der Kirche drauf hängt. Und wer mit Lightroom gearbeitet hat, der weiß, es gibt dieses Pflaster und man kann da Dinge entfernen, aber nicht, wenn es extrem komplexe Strukturen sind. Dann ist das einfach sehr, sehr schwierig. Aber mit einer künstlichen Intelligenz im Photoshop ist das mittlerweile so, so einfach. Alles, was ich machen muss, ist, ich muss nur auswählen und sagen, das bitte wegmachen. Und Intelligenz rechnet sich aus, wie denn da hinten diese Struktur, die Wand und das Sims hier eigentlich ausschauen könnte. Es ist erfunden. Das muss man schon dazu sagen. Das, was da jetzt reinkommt, ist nie original. Es ist immer erfunden, aber so gut erfunden, dass man glauben könnte, es ist original. Dazu wähle ich einfach mal aus, hier dieser Bereich, das soll bitte, bitte, bitte verschwinden. Und jetzt zeige ich zur Intelligenz einfach nur, los, generiere. Und dann schaut man da auf das Fenster und wartet. Man wartet und jetzt werden gleich drei unterschiedliche Variationen hier erscheinen. Drei verschiedene Möglichkeiten, von denen ich dann wählen kann, was mir am besten gefällt. Das wäre Nummer 1, das wäre Bauwerk Nummer 2, das wäre Bauwerk Nummer 3. Ihr seht, das ist völlig konstruiert, es existiert so nicht, es ist einfach erfunden. Und wenn mir das nicht gefällt, wenn da nichts dabei ist, dann kann ich es mir einfach nochmal generieren. Ich kann sagen, ja, mach mir nochmal drei Versionen, mach mir nochmal. Also ich kann unendlich viele Variationen mir da rausspucken lassen, bis mir eins gefällt. Ich sage mal, das passt. Niemand weiß, dass das da anders ist. Niemand kommt auf die Idee, dass da etwas anders sein könnte. Und ich spare das Foto und bin zufrieden. Ein ähnlicher Einsatz von der Künstlichen Intelligenz ist, ich kann das Bild nach links weiter finden lassen. Das heißt, wenn ich sage, das ist jetzt leider quadratisch, ich hätte es aber gern als Panoramafoto. Ja, habe ich leider nicht so fotografiert, kann ich aber mir erfinden lassen. Dazu verlängere ich einfach das Bild so, sage, da hätte ich gern, dass das Bild noch weiter geht. Und ich warte. Warte wieder, bis der grüne Balken auf 100% ist. Und dann kriege ich wieder drei Versionen vorgeschlagen. Und das ist absolut irre. Es wird einfach das Bild angeschaut und dann wird dazu überlegt, wie könnte das realistisch weitergehen. Manchmal kommt wirklich ein Blödsinn raus, vor allem Menschen erweitern ist schwierig, aber Landschaften, Natur, es ist irre. Ihr seht es auch hier, da kommt plötzlich eine Sonne rein. Das heißt, ihr erkennt auch, von wo kommt das Licht, wo ist der Schatten. Und hier habe ich plötzlich einfach ein weiteres Bild. Schauen wir mal, was er sonst noch erfunden hat. Das wäre die Alternative. Auch sehr schön. Oder sogar mit einem kleinen Felsen noch. Wunderbar. Und ihr habt gesehen, ich muss nichts machen. Ich muss nur sagen, nach links soll es weitergehen und fertig. Der Rest macht die Intelligenz. Das ist sehr schön. Und man kann sich auch Sachen nur an bestimmten Punkt erfinden. Wenn ich sage, hier hätte ich gern ein Schiff, dann kann ich hier auch reinschreiben. In diese kleine Leiste, was soll denn hier passieren? Ich schreibe einfach mal rein, ein Schiff. Robin, ich frage, wie schaut es mit der Auflösung aus? Auflösung ist super. Also ich kann gleich mal reinzoomen. Er macht jetzt eine originale Auflösung vom Bild. Die passt sich an die Auflösung des Bildes daneben an. Ja. Schauen wir mal, ob das gut funktioniert. Ob er ein Schiff realistisch reinsetzen kann. Ja, irgendein Tanker. Aha. Aha. Ja, gefährlich nach am Ufer, dieser Öltanker. Also in dem Fall würde ich wahrscheinlich die Beschreibung ein bisschen klarer machen. Ich würde sagen, ich will ein Segelboot. Damit da keine Tanker hier auf der Portugal-Küste auflaufen. Und wer Photoshop hat, wird damit sehr, sehr viel Spaß haben. Das sind Dinge, die wir uns unter anderem natürlich im Photoshop anschauen. Der große Unterschied zwischen Photoshop und Lightroom ist der, mit Photoshop kann ich Elemente in Bildern kombinieren. Das heißt, ich kann ein Schiff von dort reinbringen. Ich kann Köpfe austauschen von Personen. Das heißt, ich kann nicht nur mit einem Bild arbeiten, sondern mit mehreren übereinander. Und kann Collagen machen, kann Texte hinzufügen. Alles Mögliche. Kann mir Poster gestalten. Und Lightroom kann immer nur mit einem Bild arbeiten. Also ich kann in einem Bild Helligkeiten, Farben vertauschen. Ich kann auch Verläufe machen, dunkler machen, heller machen, Dinge entfernen. Aber ich kann nicht aus einem anderen Foto etwas reinholen. Und deswegen braucht man dann Photoshop. Hier unterschiedliche Segelbote. Auch ein interessantes Feature. Hier mal wieder einen bewölkten Tag in Kappadokien. Auch hier gibt es eine spannende Geschichte, nämlich Himmel austauschen. Hier kann ich einfach automatisch mir den Himmel erkennen lassen und dann austauschen. Ich habe hier unterschiedliche Himmel, die ich mir auswählen kann. Dann drücke ich drauf, schon habe ich einen anderen Himmel. Da kann ich meine eigenen Himmelfotos reinladen und austauschen. Und kann den Himmel dann größer, kleiner machen. Also das ist auch ein super einfaches Tool, wie man wirklich aus misslungenen Fotos oder leider Schlechtwetter das doch ein bisschen schön machen kann. Das wird ein Feature sein. Oder auch das ist ganz lustig. Eine Möwe könnte auch ein Foto jetzt in einem Tiergarten sein, zum Beispiel von einem Tier. Und mit Lightroom kann ich das Tier erstmal, mit der Photoshop kann ich das Tier erstmal verschwinden lassen. Das heißt, alles was ihr jetzt seht, hinter dieser Möwe, ist auch wieder frei erfunden. Aber so gut erfunden, dass man nicht drauf kommt, dass es erfunden ist. Das heißt, ich habe die Möwe hier jetzt als eigene Ebene. Hoppla, falsch geklickt. Und kann sie woanders hinsetzen, zum Beispiel. Oder ich kann auch im Nachhinein sie verändern. Ich kann sagen, liebe Möwe, ich hätte dich gerne in einer anderen Pose. Kannst du bitte für mich mal anders posieren? Dazu muss ich ihr nur ein paar Gelenke geben. Schwanz und Kopf. Und jetzt kann ich zum Beispiel ihren Kopf einfach runterneigen. Und Schwänzchen in die Höhe. Jawohl. Also ihr merkt, es ist mit Photoshop vieles möglich. Es ist auch sehr witzig, damit rumzuspielen. Kann sich auch in die Knie gehen lassen. Hinknien vielleicht. Also auch das sind so kleine Spielereien, die jetzt hier natürlich lustig ausschauen. Aber die oftmals bei der Bildmontage sehr praktisch sind. Wenn man zum Beispiel bei einem Model die Hand richten kann. Wenn irgendwas verdreht ist, kann man es ein bisschen runterbiegen. Das ist super, super hilfreich, um störende Elemente anzupassen. Das kann man wiederum, wer es noch weiter treiben will, kann man das ins Premiere oder ins After Effects bringen. Und dann kann man zum Beispiel diese Möglichkeit sogar animieren, dass sie dann auch lustig springt in einem kurzen Video. Also das war es mal quasi von mir. Ein kurzer Einblick in Photoshop-Kurs und Lightroom-Kreativ-Kurs. Wenn ihr Fragen habt, sehr gerne in den Chat. Und sonst sehr gerne an den Karl. Ich werde euch in den Chat jetzt auch gleich noch den Link reinschicken. Nämlich den Link zu den Lightroom-Photoshop-Kursen direkt vor Ort beim Karl. Das ist dieser Link hier. Und wer lieber online im Selbststudio mit vielen Videos und sehr vielen Beispielen, also auch diese Beispiele, die ihr jetzt gesehen habt, lernen möchte, er findet hier auch jetzt einen Link inklusive 50 Euro Rabatt für Fotoschule-Kunden-beziehungsweise Fotokafé-Mitglieder. Nur über diesen Link. Robert, vielen Dank. Ich werde jetzt dann im Nachgang euch einmal was schicken, und zwar wir werden bis zum Weihnachtsfotokafé so wird jeder sein lustigstes regeneratives Füllenbild schicken. Da finde ich schon neugierig. Also jeder, der schon herumgespielt hat, schickt uns einfach lustige, missglückte Bilder. Ich glaube, da werden wir auch einen riesen Gaudi haben. Man kann einmal versuchen, das Ding an die Grenzen zu führen. Aber das ist ganz, ganz toll. Auch wenn wir gerade beim Posten von den Links sind. Ich habe jetzt einmal geschwind auch nochmal Instagram, Facebook und so weiter alles reingepostet. Wie gesagt, wer uns da Lust hat zu folgen, macht es bitte mit, das ist super. Und wie gesagt, wir werden auch kommentieren und so weiter. Die Gruppe ist auch sehr, sehr interessant.